Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und ich mache heute eine Fundamentalanalyse von Vielmann. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung. Es stellt keine Anlageberatung dar und jeder ist natürlich für seine Anlageentscheidung selbst verantwortlich. Außerdem bin ich aktuell nicht in das Unternehmen investiert. Und wir beginnen gleich mal mit den Basisdaten. Vielmann ist ein deutsches Unternehmen und erfindet die Aktie unter der Wertpapierkennnummer 877-220. Das Unternehmen beschäftigt rund 22.600 Mitarbeiter. Und das Geschäftsjahr von Vielmann entspricht dem Kalenderjahr. Die Kernmärkte der Vielmann AG sind vor allen Dingen Deutschland, Österreich und die Schweiz. Außerdem wächst Vielmann in Italien, Polen und Tschechien. Und die Expansion des Konzerns geht weiter mit Spanien, Slowenien und Luxemburg und erstreckt sich auch nach Osteuropa. Was macht die Vielmann? Wie heißt der Slogan? Brille, Vielmann. Insbesondere in Deutschland sind Vielmanns Brillenläden allgegenwärtig. Neben Brillen hat Vielmann aber auch Hörgeräte im Angebot. Das Produktspektrum sind also Sehhilfen und andere optische Produkte. Darunter versteht man Brillen, Fassungen, Linsen, aber auch Sonnenbrillen, Kontaktlinsen und Zubehör. Und wie gesagt auch Hörgeräte und deren Zubehör. Vielmann tritt dabei als Hersteller, Agent und als Optiker auf. Und Vielmann ist in Deutschland Marktführer. Außerdem war Vielmann in den letzten Jahren auch auf dem Übernahmemarkt tätig. Und so hat man seine Fühler 2019 nach Slowenien und 2020 nach Spanien ausgestrickt. Aber Vielmann hat auch immer einen Finger am Puls der Zeit und investiert permanent in Smart Glasses. Die Vertriebsstruktur besteht vor allen Dingen aus knapp 700 Filialen und eigenen Online-Shops. Der Blick auf den Wettbewerb ist etwas verzerrt, denn hier handelt es sich durchweg um Spezialhändler. Allerdings hat hier jeder sein eigenes Spezialgebiet. Wie wir gesehen haben, ist die geografische Ausbreitung von Vielmann nicht so groß. Deswegen findet sie sich nach Marktkapitalisierung auch erst auf Rang 14. Und nach Umsätzen erst auf Rang 21. Die Verteilung der Anteilsscheine entspricht fast dem Pareto-Optimum, also 80% in festen Händen. Und für uns Kleine sind ca. 20% freihandelbar. Und jetzt schauen wir uns einmal die Zahlen des Unternehmens an. Die Umsatzentwicklung ist fast perfekt, nur in 2020 haben wir eine kleine Delle. Im Geschäftsjahr 2021 landet die Vielmann AG bei Umsätzen von 1,7 Milliarden Euro. Sowohl kurzfristig als auch langfristig ist das eine Steigerung. Und wie wir hier an den aktuellen Zahlen, den TTM Trailing 12 Month, also den rollierenden letzten vier Quartalen sehen, scheint sich das Ganze weiter fortzusetzen. Also die Umsätze passen schon. Was bleibt in der Kasse übrig? Schauen wir mal auf den Gewinn. Im Geschäftsjahr 2021 waren das 0,1 Milliarden Euro und eine schöne Zunahme im Vergleich zum Vorjahr. Die TTM-Zahlen als erstes in Dietz lassen hier einen kleinen Rückgang vermuten. Da muss man aber vorsichtig sein, weil die Gewinne natürlich ganz stark über den Jahresabschluss beeinflusst werden. Setzen wir jetzt die Gewinne in Relation zu den Umsätzen, dann landen wir bei der Nettoumsatzrendite. Im Geschäftsjahr 2021 landete die Vielmann hier bei 8,6%. Das ist eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Und wir wissen ja, höhere Marge bei höheren Umsätzen, das bedeutet Skalierung, wenn auch ganz knapp. Aktuell deutet alles darauf hin, dass die Profitabilität hier zurückgeht. Also die Geschäftsentwicklung ist, sagen wir mal, durchwachsen positiv. Jetzt setzen wir mal die Anlegerbrille auf. Als Aktionäre halten wir ja einen Anteil am Eigenkapital. Drum schauen wir mal auf die Eigenkapitalrendite. In 2021 lag die bei 16,6% und damit natürlich dicke zweistellig. Gegenüber 2020 ist das eine schöne Zunahme, aber die Jahre zuvor hatten wir deutlich höhere Eigenkapitalrenditen. Und nach der aktuellen Zahlentendenz werden wir das Vorjahresniveau bei der Eigenkapitalrendite nicht halten können. Interessant für Anleger ist auch die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals des sogenannten ROCKE. Hier ging es in 2021 wieder etwas aufwärts, aber aktuell werden wir auch diese Tendenz wohl nicht halten können. Und im langfristigen Vergleich war auch hier die Welt früher deutlich besser und nachdem hier eher die Tendenz wichtig ist, ist das hier nicht so positiv. Dann geht es weiter mit den bilanziellen Risiken und wir schauen mal auf Eigenkapital und Fremdkapital. Wir sehen, dass langfristig betrachtet sowohl Eigenkapital als auch Fremdkapital zugelegt haben. Und aktuell sehen wir eher eine Stagnation. Wer sich für die Fundamentalanalyse interessiert, sollte beim Eigenkapital auf jeden Fall genauer hinschauen. Denn inzwischen dürfen die beiden Positionen Other Intangibles und Goodwill in Bilanz und Eigenkapital eingestellt werden. Früher durfte man das nicht und wenn man vorsichtig ist, dann rechnet man beide Positionen aus dem Eigenkapital raus und das machen wir jetzt gleich mal. Dann landet man beim Substanzwert und Vielmann hat hier im Geschäftsjahr 2021 0,5 Milliarden Euro zu bieten. Die aktuelle Tendenz deutet darauf hin, dass dieses Niveau ungefähr erhalten bleiben wird. Das ist zwar deutlich weniger als das Eigenkapital, aber wir haben wenigstens noch einen positiven Substanzwert. Aus unseren bisherigen Analysen wissen wir ja, dass das beileibe nicht selbstverständlich ist. Und in der Folge sehen wir rechts eine sehr gute Eigenkapitalquote von knapp 50% und eine Substanzwertquote von ca. 34%. Die Eigenkapitalquote gefällt mir natürlich, die Substanzwertquote ist mir etwas zu gering. Das zweite finanzielle Risiko, das wir uns anschauen, betrifft die Liquidität und deswegen schauen wir uns die Current Ratio an. Hier sehen wir, dass die Current Ratio im Laufe der Zeit immer weiter zurückgegangen ist. Im Geschäftsjahr 2021 landete sie bei 1,5 und damit ganz genau auf dem Punkt, wo man beginnt, sich wohlzufühlen. Aktuell deutet alles auf einen leichten Rückgang der Current Ratio hin. Das ist noch nicht problematisch, aber natürlich unter dem Bereich, wo es Spaß macht. Nächster Punkt auf der Liste ist die Zukunftsfähigkeit. Schauen wir mal auf die Reinvestment Rate. Hier erwarten wir üblicherweise Werte von über 100% im langjährigen Schnitt. Und wir sehen aber, dass die Reinvestment Rate der Vielmann seit 2019 deutlich unter 100% liegt. So far, so good, so what, was sagt uns das? Üblicherweise ist das ja ein Alarmzeichen, weil das Anlagevermögen langsam aber sicher veraltet. Aber Vielmann ist ja vor allen Dingen ein Handelsunternehmen. Also Vielmann hat im Normalfall keine großen Produktionsanlagen und kann damit in diesem Bereich auch nicht wesentlich veralten. Die Handelsgeschäfte sind überwiegend angemietet und spielen hier also auch keine wesentliche Rolle. Lange Rede, kurzer Sinn. Erstens, die Reinvestment Rate ist deutlich unter den Erwartungen. Und zweitens, im Falle der Vielmann ist das aber für mich kein besorgniserregendes Risiko. Also Haken dran. Als nächstes kommt die wahrscheinlich wichtigste Kennzahl, nämlich der Free Cash Flow. Wir sehen erstens, dass der Free Cash Flow nicht so wahnsinnig konstant ist im Zeitraum. Zweitens, dass in 2021 wir eine sehr schöne Zunahme auf 0,3 Milliarden Euro hatten. Und derzeit sieht es danach aus, wie wenn wir das aktuell nicht halten könnten. Aus dem Free Cash Flow werden ja sowohl die Zinsen als auch die Dividenden bezahlt. Und wenn wir hier auf die Payout Ratio schauen und die Extended Payout Ratio, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das gefällt mir. Die Risikosektion schließen wir jetzt ab mit der Zinstragfähigkeit. Im Geschäftsjahr 2021 landeten wir hier bei 20,9. Aktuell ist die Tendenz eher Richtung 16,4. In beiden Fällen brauchen wir uns aber keine Sorgen zu machen. Das gefällt mir. Damit verlassen wir die Unternehmenszahlen und machen jetzt weiter mit der Preiswertrelation. Aktuell müssen wir an der Börse für die Vielmann AG 34,16 Euro auf den Tisch legen. Auf Jahresbasis ist das ein dicker Kursverlust von rund 40%. Wie immer geben uns hier die Multiples eine Indikation, ob das jetzt günstig oder teuer ist. Basierend auf den aktuellen Zahlen haben wir ein KCV von 15,9. Und wie wir in der Grafik sehen, ist das das günstigste KCV im Fünfjahreszeitraum. Beim Enterprise Value im Verhältnis zum EBTA liegen wir bei 15,6 und auch das ist der günstigste Wert im Betrachtungszeitraum. Allerdings liegt der Branchenbenchmark mit 8,5 deutlich tiefer. Fast bilderbuchmäßig läuft die Entwicklung der Buchwerte pro Aktie. Auch wenn die Vielmann insgesamt schöne Gewinne pro Aktie vorweisen kann, würden wir uns hier doch etwas mehr wünschen. Die Dividendenhistorie der Vielmann lässt sich zweiteilen in die Ära vor und nach 2019. Die alten Dividenden pro Aktie konnten bisher nicht wieder erreicht werden, auch wenn wir von 21 auf 20 eine schöne Steigerung hatten. In Kombination mit den Kursrückgängen haben wir damit eine attraktive Dividendenrendite von aktuell 4,4%. Und jetzt kümmern wir uns einmal um die Bewertung der Aktie. 29% der Analysten wollen die Vielmann-Aktie kaufen, 50% sind sich nicht sicher, was sie tun sollen und 21% wollen sie verkaufen. Die Kursziele liegen zwischen 25 und gut 37 Euro pro Aktie. Und jetzt jagen wir die Aktie noch durch die Instrumente der modernen Unternehmenssteuerung. Wir beginnen mit der Cash Conversion Rate, also mit der Fähigkeit des Unternehmensgewinne in Free Cash Flows zu verwandeln. Und auch wenn diese von der Indikation her wohl auf 1,5 zurückgeht, ist das immer noch ein hervorragender Wert. Die Free Cash Flow Rate zeigt uns, inwieweit das Unternehmen aus Umsätzen Free Cash Flows generieren kann. Im Geschäftsjahr 2021 hatten wir mit 16,2% ein hervorragendes Ergebnis. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass wir dieses Ergebnis nicht wiederholen können, sondern wir liegen zurzeit ca. bei 10%. Immer noch gut, aber so richtig happy macht uns das nicht. Wenn man sich Gedanken über den inneren Wert einer Aktie macht, sollte man die Sicherheitsmarge mit berücksichtigen. Ich mache das nicht pauschal, sondern unternehmensindividuell und hier laufen die Ergebnisse der bisherigen Analyse mit ein. Es gibt wenig zu meckern, die Substanzwertquote war ein bisschen gering und die Current Ratio auch. Und wir landen bei einer Margin of Safety von 7,5%. Wenn ihr schon mehr Analysen von mir gesehen habt, dann wisst ihr, das ist eine ziemlich geringe Sicherheitsmarge. Und sie gibt uns schon einen ersten Finger, zeigt, dass wir hier ein grundsolides Unternehmen vor uns haben. Wenn ihr schon länger dabei seid, dann wisst ihr, dass ich bei der Abschätzung des inneren Wertes durch den Discounted Cash Flow eine abweichende Vorgehensweise habe, nämlich eine vierzügige Szenario-Rechnung. Wen das interessiert, dafür habe ich ein sehr ausführliches Video gemacht mit dem Aufbau eines Excel-Rechners. Das habe ich euch verlinkt. Ansonsten sehen wir hier in der Grafik links den aktuellen Kurs der Vielmann-Aktie und rechts die Abschätzungen des inneren Wertes über die vier Szenarien. Im Worst-Case-Szenario rechts außen sehen wir den inneren Wert hier zufällig genau auf Kursniveau. Die drei anderen Szenarien zeigen im Vergleich zum aktuellen Kursniveau deutlich höhere innere Werte. Was bedeutet das jetzt genau? Nach der Theorie gleicht sich irgendwann der Kurs dem inneren Wert an. Müsste ich das Ergebnis in einem Satz zusammenfassen, würde ich sagen überschaubares Risiko mit deutlichen Potenzial. Ein sehr moderner Ansatz der Unternehmensbewertung ist der Economic Value Added EVA. In einem Satz zusammengefasst schaut man auf die Rendite des eingesetzten Kapitals und zieht davon die mittleren gewichteten Kapitalkosten des Unternehmens an. Ist der EVA negativ, dann heißt es kurz zusammengefasst, außer Spesen nichts gewesen. Diesen Fall haben wir hier nicht. Wir sehen, die Vielmann kann eine positive Rendite erzielen, aber nur ganz knapp. Und zum Abschluss führen wir noch die SWOT-Analyse durch. Die größten Stärken haben wir schon gesehen. An erster Stelle die Vielmann ist finanziell wirklich gesund. BPS und DPS der Aktie machen richtig Spaß und das Discounted Cashflow Verfahren und der Economic Value Added zeigen Potenziale auf. Bei Vielmann ist das Meckern auf hohem Niveau, aber die Profitabilität könnte besser sein, insbesondere von der Tendenz her. Auch was sich bisher abzeichnet bezüglich der Free Cashflows bzw. der Free Cashflow Rate, ja, das ist schon ausbaufähig. Wenn ich aber auf die Möglichkeiten und Chancen schaue, dann wird mir warm ums Herz. Denn gerade die großen Standortschwächen von Deutschland und Europa spielen der Vielmann voll in die Hände. Gemeint ist natürlich das Thema Demografie. Der Aufbau der Alterspyramide verschiebt sich massiv und das hat verheerende Folgen für den wirtschaftlichen Ausblick. Aber je älter wir Menschen werden, desto schlechter hören und sehen wir. Und wenn die Anzahl der älteren Menschen an der Bevölkerung zunimmt, dann steigt Vielmanns Kundenpotenzial. Außerdem ist Vielmann gerade dabei, im Hörgerätesektor das aufzubauen, was im Brillensektor bereits existiert. Das wird dann ein weiteres Standbein. Außerdem spielt die Demografie nicht nur auf Seite der Kunden eine Rolle, sondern auch auf Seite der Konkurrenz. Der Markt für Optiker und Hörgeräteakustiker ist sehr segmentiert und von kleinen, individuellen Unternehmen geprägt. Die sind oft kapitalschwach, haben durch die Beschränkungen durch Corona stark gelitten und haben irgendwann eine Nachfolgethematik. Entweder scheiden diese Unternehmer dann aus dem Markt aus oder Vielmann übernimmt einfach die Filiale. In beiden Fällen heißt der Gewinner Vielmann. Der Blick auf Europa hat gezeigt, hier ist massig Platz für Expansion. Vielmann macht das sehr klug, Step by Step ist der Big Player und hat so gut wie keine Konkurrenz. Auf der Risikoseite verbleiben dann vor allen Dingen unsere Standardrisiken Inflation, Rezession und Supply Chain Thematiken. Und nachdem wir ja immer das Haar in der Suppe suchen, der Economic Value Edit ist nur sehr knapp positiv. Unterm Strich ist die Vielmann für mich sowas wie eine Absicherung gegen die sicher kommenden demografischen Herausforderungen. Lange Rede, kurzer Sinn, Vielmann ist für mich ein Kauf. Wie steht ihr zur Vielmann-Aktie? Schreibt mir's in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Für euch wie immer kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. Wenn's euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Am besten abonniert ihr gleich den Kanal, dann versäumt ihr nix. Natürlich freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn's wieder heißt Gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, euer Gerald von Money in the Box.